Was ihr jetzt dann gleich sehen werdet, ist der erste Schritt zu einer funktionsfähigen CPU mit Registern. Also wenn ihr das hier gebaut habt, wäre es dann der erste Schritt zu einem richtigen Befehlszeller als zum Program Counter. Also wenn ihr eine CPU am Ende bauen wollt, dann würde ich hier mal ein bisschen aufpassen oder zumindest das Prinzip verstehen. Es geht auch mit T-Flipflops, aber ich benutze JK-Flipflops, weil die einfach, naja, kontrollierbarer sind in Anführungszeichen. Ich sehe nicht so widerspenstig wie die T-Flipflops und die sind übersichtlich, also man merkt wirklich was abgeht. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, naja, ihr werdet es jetzt sehen in diesem folgenden Story. Hi Leute, heute mein Counter, mein allererster. Ein Counter ist, also ein Zähler, ist wichtig, weil er erstens Befehle zählen kann und zweitens muss eine CPU fähig sein zwischen Registern zu wechseln. Und das geht am einfachsten mit einem Counter. Was macht ein Counter? Ja, das ist jetzt unnötig. Er nimmt einen Takt und zählt, wie oft irgendwas passiert ist, wie auf der Befehl kam. Wir drücken einmal auf den Schalter und eins wird angezeigt. Ein zweites Mal, zwei, ein drittes Mal, drei. Wir können allerdings auch einen automatischen Clock, ich habe hier einen Five Clock genommen, also ein Herz, ein Rechenschritt die Sekunde. Der zählt es dann automatisch weiter. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, null. Ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Wie baut man sowas? Man nimmt einen JK Flipflop. Googelt einfach nach JK Flipflop Minecraft, ihr findet dann das Schematic in Minecraft Wiki. Also baut ein JK Flipflop und der Clock ist der Clock Input des JK Flipflops. Ähm, ja, die erste J-Bit und der erste K-Bit müssen, also der erste Jump-Bit und der erste Kill-Flip, müssen beide an sein. Der Output des ersten ist dann der J-Bit und der K-Bit des zweiten. Ähm, hier geht auch wieder der Clock rein. Und wenn ihr weitergehen wollt, nehmt ihr den Output des ersten Bits, also den hier. Und den zweiten, baut ein Endgate und macht hier wieder, äh, J&K, oh ja, Skype, ich weiß, ich weiß. Und beim dritten dann eben ein Endgate für ALTER! So. Ein Endgate für drei, äh, Inputs. Und wieder in den J-Bit und K-Bit und hier wieder auch der Clock, äh, Inputs. Kommt vom Clock. Ja, vom Schluss noch wieder mal inverten. Und... Es zählt. Oder automatisch. Jupp. Das war's auch schon wieder. Äh, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man sowas baut, dann geht auf Minecraft-Wiki und holt euch das Schematic vom... J.K. Flip-Flop. Oder googelt nach... Gleich nach einem Schematic von einem... Kompletten 4-Bit-Counter. So toll darüber zu machen wäre irgendwie... Komisch. Meiner Meinung nach. Naja. Man muss eben einfach nur ein paar J.K. Flip-Flops bauen und die dann, wie gesagt, mit Endgates und bla 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 verbinden. Jupp. Ciao.